Schattenspiele Ja, die Riepe ist mittlerweile ganz ordentlich geworden. Die ersten Früchte hängen auch. Aber da dauert es noch ein bisschen. Wer entgegen schon etwas weiter ist, ist die so eine kleinere. Eine fleische Früchte. Und so ein paar. Ein, zwei, drei. Ja, das wird ein scharfer Herbst auf jeden Fall. .... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020